So, hallo, hier ist euer Tommi wieder. Heute zeige ich euch meinen nächsten Charakter, wo ich gemacht habe. Denk ich mal, müsste passen. So. Oh, danke. So, das war hier, Nummer 1 wieder. So, hier auf einer Seite. Moment, ich zeige es euch gleich weiter. So. So. Okay, dann kommen wir auf meine nächste Seite. So. Okay, so ja, von der Seite. Von hinten. Ja, und noch eine Zwischeninformation. Es kommt auch demnächst, auch in zwei oder drei Tagen. Dann zeige ich euch drei Glitches im Zombie-Modus auf der neuen Karte. Falls es euch interessiert, schaut da rein. Es lohnt sich. Ihr wisst ja, es ist immer Frage, wie lange das hält, bis der nächste Upgrade kommt. Bis wir den Fehler rausfinden. Von daher. Okay. Ich zeige euch den nächsten. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.